Also ich war jetzt in dem Gottesdienst und der war echt schön und ich habe wieder so ein Erlebnis gehabt. Ich verstehe das gar nicht. Ich war die ganze Zeit dort irgendwie am Heulen, weil es mich so ergriffen hat. Und dann war da auch wieder eine Gruppe und die haben erzählt, die gehen von Gemeinde zu Gemeinde und singen. Die sind auch auf Facebook, ich werde mir die nachher mal angucken. Und ja, keine Ahnung, die waren so herzlich. Ich musste ihnen einfach umarmen und habe weiter geheult. Und dann habe ich gesehen, die tragen alle so eine schönen Kreuze. Das sind ganz besondere Kreuze, das sind so eine Jakobuskreuze. Die hat wohl und kriegt auch nicht jeder. Und die fand ich bewundernswert. Und da kommt eine Frau hin, nimmt ihr Kreuz ab und schickt mir das. Da musste ich gleich schon wieder heulen und dann sagte sie, auf Englisch, du hast ein gutes Herz. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin immer noch so berührt. Ich habe jetzt so viel geheult und jetzt hole ich mir meine Kompostela. Ja. Und sie haben zu mir gesagt, es ist ein ganz besonderes Kreuz, was ich habe. Das ist das Jakobuskreuz. Ich würde sagen, es war. Ja.